So verfügte der Landesfürst, dass die Gewerken ihm alles Silber in die nächstgelegene, gut befestigte Stadt abliefern mussten. Diese Reise ging streng bewacht stromaufwärts, zur Salinenstadt Hall. Sigmund bezahlte den Gewerken den fixen Preis von 5 Gulden pro Gewichtsmark Silber. Der Welthandelswert lag bei 10 bis 12 Gulden. Die Differenz war sein Gewinn. Für die expandierende Wirtschaft des 15. Jahrhunderts bot die Innschifffahrt das perfekte Transportmittel. Bis zu 40 Pferde waren vor einem Schiffszug gespannt. Transportiert wurde alles, was die Fernhändler des Mittelalters anzubieten hatten. Pelze aus Russland, Seide aus China und Gold aus Afrika. Nie zuvor sind so viele Güter über solche Entfernungen gehandelt worden. Heute nennt man diese Entwicklung Globalisierung. Bevor sich die Schwertransporter in Bewegung setzen konnten, mussten die Ruderer die Lastschiffe vom Ufer weg in die Strömung hinaus manövrieren. Der Stangenreiter war für den gesamten Reiterzug verantwortlich. Er sondierte den gefahrvollen Weg. Einen Schiffszug mit über 300 Tonnen Fracht schleppten die Pferde oft nur sehr langsam durch das weit verzweigte Flusssystem. An manchen Stellen, wo der Weg für die Pferde nicht weiter führte, mussten sie das Ufer wechseln. Dieses Stromaufwärtsziehen nannte man Treideln. Und weil's oft gar so langsam ging, leitete der Volksmund vom Treideln das Trödeln ab. Der Alltag der Schiffsleute war hart und süß. Jeder war hartgefährlich. Jeder erhielt drei deftige Mahlzeiten am Tag und zum Durstlöschen sieben Liter Bier. Bis zu 80 Schiffe wurden am Hafen von Hall monatlich abgefertigt. Vor der gut befestigten Salinenstadt spannte sich ein Holzrechen von Ufer zu Ufer, um das stromaufwärts geschlagene Brennholz aufzufangen. Damit war hier Endstation für die Innschiffer. Alle Waren mussten entladen und einige Tage am Markt angeboten werden. Da kein Ende des Silbersegens absehbar war, verlegte Siegmund auch die Münzprägestätte von Meran nach Hall. Damit ersparte man sich die mühsamen und gefährlichen Transporte über den Brenner. Das Haller Salz ging hauptsächlich in den Export und wurde mit ausländischen Gold- und Silbermünzen bezahlt. Zu dieser Zeit entsprach der Wert einer Münze ihrem Edelmetallgehalt. Man konnte sie also getrost einschmelzen und neue Münzen kreieren. Siegmund liess Goldmünzen mit seinem Konterfei prägen. Den Goldgulden. Die Währung für den internationalen Handel. Die Währung für den internationalen Handel.